Da ist der Wasserturm. Genau hinter dir. Ausschwärmen! Fangt sie ab! Warte. Pass auf! Bin ich Emma? Ah! Schon was gefunden? Noch nie! Ich brauche eine Waffe. Schon viel besser. Irgendwas gefunden? Hier ist nichts! Na! Was war das? Bis dann. Da! Alles klar. Okay, gehen wir zu dem Wasserturm. Ich muss einen Weg hoch finden. Beeindruckt, dass ich sie alle allein geschafft habe? Beeindruckt? Das ist nicht das richtige Wort. Das ist nicht das richtige Wort. Siehst du was? Das ist eine Feuerleiter, aber ich komme nicht ran. Okay, warte einen Moment. Okay. Wenn du oben bist, tritt sie zu mir runter. Bitteschön. Hey! Hey! Ich gucke mal, was ich habe. Weiter geht's! Verschlossen? Sie hängt fest. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Okay, ich suche einen anderen Weg. Und den Weg frei. Gute Idee. Gute Idee. Die Jahre im Zirkus-Zahn sieht aus. Sehr witzig! Ich komme vielleicht vom Zirkus, aber du bist hinter Gittern. Hey, wie läuft's mit der Tür? Hey, wie läuft's mit der Tür? Hey, sei mal ein Gentleman und öffne die Tür. Ja, was? Ja, bitte. Versuch's jetzt! Okay. Bin beeindruckt. Oh nein! Hey! Da ist jemand! Mist! Ja! Oh nein! Hey! Ja! 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 Okay, da kommen noch mehr! Du hast sie! Das waren wohl alle. Oh nein. Was? Was ist das? Das kann nicht raus. Auf. Verdeckung! Lauf! Zphärat los! Ah, da. Bitte. Okay. Okay. Los geht's. Perfekt. Nicht schlecht fürs Vorjahresmodell. Das wollte ich schon lange. Super, wir sind beim Wasserturm. Ja, geschafft. Okay, runter. Ah. Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran. Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich geh da jetzt runter, allein. Nate. Warte, warte. Hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt da rüber und holst uns einen von diesen hübschen... Geländewagen. Geländewagen. Hm. Du machst den Fahrer. Ich geh da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach... Mit dem Fluchtwagen. Mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Okay? Wow. Ja. Aber Vorsicht. Okay. Dann sehe ich dich... Wenn ich dich sehe. Ah, sie nimmt den einfachen Weg. Ich liebe den Geruch von Zügen am Morgen. So, witz' geht. Okay. 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 von da oben sieht man besser es muss ein weg rausgeben vielleicht kann ich das alte ding bewegen gut das war nicht so die 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 Mein Schultz! Wo bist du? Wo? Jetzt aufzuschießen! Oh, genau, was ich brauche! Zug ist weg, Chloe sitzt drin, Elena ist spurlos verschwunden! Na los, spring rein! Los, los! Und? Hast du einen Plan C? Ja, gib Gas! Was? Ich spring auf den Zug! Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran! Doch, das beantwortet meine Frage! Drück schon drauf! Und wie bitte willst du sie von dem Zug runter bekommen? Soweit hab ich auch nicht geplant! Haha, natürlich! Okay, okay, auf geht's! Halt dich fest! Noch ein Stück! Warte! Juh! Gettel! Bring! Gettel! Untertitelung des ZDF, 2020